Hallo Freunde und Willkommen zurück zu Spellforce 3, wo wir direkt wieder angegriffen werden. Was gibt's? Ich gebe mir echt auf ein Keks hier. Gut, ich habe den Außenposten hier auf Verpenter stehen und wieder mal deaktivieren sollte. Den Modus. Wo wollte ich denn? Hm, hier ist... Ich snuff. Woher hin? Nö, noch mal nicht. Hm... Was ist denn da? Was ist denn da? Oh nein... Nee... Für Butch... Komm. Bye bye Silence Silence Klingt so gut an Was wollten wir machen? Wir wollten ja hinten zu einem Altar gehen und die noch kaputt machen zu dem Schlangenaltar Aber Spiel sagt Nö Es sind drei Leute Ich würde gerne den Turm Den Turm würde ich dann auch gerne gleich einfach direkt verbessern So Lungen drauf Knallen Vielleicht auch einfach da mal ein paar Leute stationieren Ich verstehe Sie werden fallen Wir sollten kämpfen Gebäude errichtet Hier kann ich halt auch nicht weiter ausbauen Mich ein bisschen stört So So Ihr sollt einfach nur als Lager sein Das haltet ihr auf Hier war das Lager Genau Da unten hatte ich noch einen Schlangen Stein Rotem Oder war gefunden Dann sollten wir demnächst mal zu dieser Ruine da gehen und die Stangen da vernichten Ich denke aber mal dass ich da mit meinen nicht nur mit meinen vier Helden hin will So Was ich jetzt mal Dann Noch ein Wartum hinbauen Aber ich brauche nicht mehr dazu Weil momentan ist unser Wiederbelegungsschrein ist komplett Ausgebaut Guter Plan Wie ist schon gesproken Verbrennen wir sie Hieß Golems Das ist Wahrscheinlich Problem mit Feuerresistenzen Sie werden fallen Ich will doch nur Feuerball schmeißen Ach Ich will doch nur Feuerball schmeißen Ach Schut So Das Eis Golems Teil eines Eis Golems Das Mal Schön Ist auch diese Küste gesichert Oh Fisch direkt draufgebracht Ok Kann ich die Fischerhütte entsprechend abreißen Hier ein Meerbau Hier kann ich auch nichts mehr ausrüsten Wie sieht das eigentlich bei euch aus mit Resistenzen Wie sieht das eigentlich bei euch aus mit Die Stoßresistenz sind die am schlechtesten ehrlich gesagt Eigentlich Eis Resistenz Eigentlich Eis Resistenz Aber Das heißt gegen die sind Speerträger auch die besten einhalten Was macht ihr? Ihr macht mal Wucht Das ist ok gegen die Aber ihr Schrebt halt selber einfach viel zu schnell Ähm Die Rohlinger Ähm Der Speerträger hier Schmiede haben kaum noch Eisen Wir müssen mehr fördern Ich habe außerdem keine Wirkung mehr Ich bin auch professionell Das ist halt was auf was ich nicht achte Was ich nicht geachtet habe bisher in diesem Spiel Gut Ich weiß nicht genau Was ist denn Wir sollten kämpfen Nicht löchern die Lichtstattung Unser Karl gewinnt an Macht Weißen Da wurde ich bloß überrascht Und Ich weiß nicht So Ähm Ähm Meine Fernkämpfe aus dem Nahkampfmausziel Ich muss das hier aber eigentlich auch relativ gut zu behandeln Ähm Flammt Ich hab Ok Wie gesagt Ja Teilweise selbst sind Ähm Selber Ähm Schuld Ne Aber Auch nicht nur Wir wollen auch weiter machen Hm Worum geht's Schlaf nicht Das wird schnell vorüber sein Dann Gehen wir doch nochmal zu der Ruine, ne? Los jetzt Marschieren, marschieren Ich würde sagen wir greifen Diese Gruppe hier jetzt Schärft eure Äxte Lauf Lauf Hier durchgehen Ach wollte ich nicht Ok Gut Dann machen wir's anders Ich gehe jetzt hier hin Ihr geht einfach mal da oben hin Mh Und dann läuft das Ja Was willst du? Was willst du? Hm? Kann ich dir auch immer wieder kommen Bald, Junge Bald Ja Dann wollen wir mal So Hier ist auf jeden Fall Sehr viel Spaß zu haben Ja So Dann geht ihr wieder mal überfallen Ja Dann geht ihr wieder mal überfallen Einfach mal Einfach mal Schön viel Holz da reinbuttern Hm Wow Sehr genau mit denen vorbei gerannt Ah Da geht man in einen Moment So Das hat jetzt wesentlich näher gedauert Als es mir lieb war Ähm Wieso kommt ihr hier einfach durch? Ich Gehe mich verarschen Jetzt mal Zum Ernst Was willst du? Die cheaten doch Nein Das macht sie einfach kaputt Und los Und Das macht sie einfach kaputt Was mich halt stört ist dass wir hier Okay hier jetzt nicht aber Wir halt an anderen Gebieten nicht auch noch Vorposten errichten können Ja Ein bisschen bluf Los jetzt Hier macht das ganz klug von da oben Das ist ja wenigstens etwas Ich denke mal fast ich sollte mit euch mal laufen Aufräumen Gleich Gesicht Schärft eure Äxte Und los Ja So ihr beide euch mal bitte Ein bisschen aufräumen Was willst du? Ich kann ja theoretisch ein bisschen cheaten Bitte rein Bitte? Angriff! Was willst du? Hm 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 Los jetzt Jetzt Was ist? Ja Vorfallboy raus Find ich gar nicht lustig Gleich Gesicht Zara wird uns siegen sehen Und los Wie kann ich helfen? So die Röntel rauf Und das ist wirklich nicht das Problem Und das ist wirklich nicht das Problem Uh hier hinten ne? Hör mal die Klappe auf Malraak Wir werden angegriffen Ja Ja Alles klar Alles klar Was du? Gleich dein Portal auf Wenn es sein muss Hier sollte ich jemanden nicht durchmachen Dann schärft eure Ecke Ich krieg der überhaupt trotzdem hin Hm? Ah Wie gehst du jetzt auch? Gibt's da hin? Hm? Ja? Los jetzt Was wollten wir jetzt? Hey, hey, hey Wir werden schon auf die Middosen Hör mal den so guten Schaden gegen die Gebäude Dann Sonst Ihr habt euch die falschen Feinde gewählt Okay Überlass das mir Jetzt Mach mal da noch, damit du sein gekommen bist Ja Ich könnte das mal mit ihm drehen Geben Hier den Schon wieder aufbauen Ja Hm? Habe verstanden Gleichgesicht Wenn's denn sein muss Was ist das Problem, wenn die Leute hier nicht mit den Toren interagieren? Ich kann halt keine Befehlsketten geben, das heißt ich kann noch nicht mal sagen Ja Ja Hier Äh Geht erst da durch und dann geht ihr dahin Das funktioniert halt nicht Was willst du? Weil wenn ich jetzt Hm Plötzlich geht's Vorwärts So Hier rollt er jetzt auf Was ist das? Ich kann schon wieder viel zu viele Einheiten hier Ja ich könnte die heilen, aber wie gesagt, ich hab ja Mich am Anfang nicht darauf konzentriert was die Gegner für Resistenzen und so haben Was die für Schadensarten machen, was die für Resistenzen haben und so weiter Ja Äh Dann im Nachhinein gemerkt, dass die Kavallerie entsprechend Gegen die Keine gute Idee ist Was mir auch an sich hätte auffallen können Weil die Viecher ja nun mal leider äh Speere tragen Wenn ich eigentlich drüber nachdenken kann Oder irgendwie nicht funktioniert So hier lässt sie ja schon Oh ne Zarak wird uns siegen sehen So das da ist Charak Totem Das müssen wir aber schlecht kaputt machen Hey, wir haben endlich mal Level 14 erreicht Hat ja nun mal noch gedauert Was geht's? Hm Schnitt Was? Ich denkst du sie könnte mal hier unten aufhören Ihr seid frei Was? Wer? Wer seid ihr? Ein Freund Eure Yaras hat mich geschickt Ihr sollt jetzt ins Dorf zurückkehren Ähm Natürlich Habt Dank Das ist halt das Problem Wie gesagt Resistenzen und so Von den Gegnern Die Für Wüste Und Backreiter und so Schmelzen einfach gegen die Gut ich kümmere mich jetzt gerade auch ehrlich gesagt nicht darum meine Langenhörten zu heilen Gebe ich zu Einfach nur weil ich Mir denke so Die sind halt eh nicht effizient Also Nennen wir es natürliche Selektion Ähm Warum könntest du auch von dir wegzuschieben? Ähm Tipp Ruf Seid ihr euch sicher? Bin ich Zu Feuerball bitte Danke Los jetzt Ja Was haben wir denn hier? Ist ja was zum Looten Da ist noch eine Medusa Was man von Menschen nicht befreien kann Oh Du heiz da mal Du heiz hier mal Es sollte jetzt sicher sein Geht zurück zum Dorf Oh Schwert des Renegaten Na toll Noch so ein Ding Hier ist ein bisschen Holz Was sag ich nicht klein Ich komm zusammen Aber hier oben Kann ich auf die Mauer Na Kann ich mir nicht das Das hier loopen Schöne kleine Kiste hier Schöne kleine Kiste hier Schöne kleine Kiste hier Lass dich einfach töten Ich bin in Ruhe Dann Das war das scheinbar schon Gute Traufe Okay Dann würde ich jetzt gerne erstmal kurz das Ding hier kaputt machen Hm Ist du doof? Ja Ja Danke Das funktioniert ja richtig gut hier So Das ist doch schon eher Ach ne Gott Das will ich gar nicht für euch haben Walrak Einer unserer Helden ist gefallen Hm Ich bin da nicht aufgefasst Ich bin da nicht aufgefasst Für die voll Ähm Walrak Einer unserer Helden ist gefallen Ja das ist nicht so dramatisch Mit unseren beiden Äh Nahkämpflauen noch Lass hier schon Hm Das ist natürlich komplett uninteressant für die als Ziel Was? Ja 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 Nicht sterben Freund Bleib bei uns Ja man Ein Zielplatz Fiege jetzt endlich mal töten Ach komm Ähm Was gibt's? Hm? Äh Wo belebst den mal schnell wieder bitte Ja schon Das ist doch nicht Die Teile Ja Ja Ist gut Korporal? Haben alle wieder aufgestellt Ja Danke Walrak Einer unserer Helden ist gefallen Das war genau Was ich äh Wollte Scheiße Hilf mir doch jemand Äh Ich bin doch dabei Sehr gut Vorhaben Problem ist das Ding produziert halt einfach in einem regelmäßigen Abstand äh Ne Dusen und das nervt Da ist ja Ich kann's nicht mehr Ich kann's nicht mehr Ich kann jetzt natürlich natürlich die Körper abkuchen Hintet ihr die jetzt bitte einfach mal entschuldigt hier. Warum sind das eigentlich schon wieder drei? Wird mal die Kamera vernünftig drehen und so. Leichtgesicht will einmal das Ding hier looten. Einmal schnell Doppelheilung casten. Dann... Krass einfach ein Erdbeben drauf. Aber auch nicht. Erdbeben. Dann halt nicht. Vollwoll vielleicht. Jetzt ein Erdbeben. Das wird schnell vorüber sein. Mach mich nicht kürre. So. Das wird schnell vorüber sein. Das wird schnell vorüber sein. Jetzt haben wir ja trotzdem noch ein Schlangenproblem. So. Was möchte ich denn mit dir? Ähm. Kleine Fertigkeiten waren auf Intelligenz. Das Ding war auf Konsti. Vielleicht Konstitution einfach mal ein bisschen hochziehen. Zauberkraft steigern. Fokusregeneration. Fokusmangel haben wir mit unserem Helden nicht. Muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Also Zauberkraft wäre schon echt sinnvoll. Dann. Uram. Akimbo. Definitiv. Das macht Schaden auf Naka. Das macht Schaden auf Intelligenz. Das macht Schaden auf Willenskraft. Okay. Gehen wir mal ein bisschen. Geht bald auf Willenskraft. Naja. Gib dir mal ein bisschen Willenskraft. Dann hast du ein bisschen mehr Fokus. So. Dann als nächstes machen wir vor. Intelligenz. Intelligenz. Kunst. Warum? Du musst. Intentarismus. Ist auf jeden Fall nice. Ähm. Zauberhand zweimal Intelligenz. Das Ding hier ist Willenskraft. Aber un interessant. Naja. Huh. Bisschen mehr Damage für ihn. So. Zauberletzt rohan. Das Ding geht auf Int, kein Wunder, dass das so wenig Schaden macht. Und das sind aktive Fähigkeiten, Zauberkraft, mehr Parierchance ist halt schon geil. Fokusregeneration wäre aber auch gut, weil daran mangelt es ihm am meisten. Deshalb würde ich das so machen und wahrscheinlich auch mal Willenskraft weiter hochziehen, weil Willenskraft gibt ja nur mal Fokus. Dann hatten wir hier unten noch ein paar Schlangen. Da unten und hier oben auch noch. Okay, du bist ruhig. Du kriegst einen Schnitt. Und du kriegst einen Feuerball. Um nicht zu vergessen, 12. Schnippel, Schnippel, Feuerball. Übliche, ne? Einfach das Übliche. Das haut einen schönen Schaden rein. Ich muss sagen, ich hätte mich eigentlich gar nicht so krass um meine Armee kümmern müssen. Die Schlangen hier glücklicherweise so verteilt sind und halt keine ordentliche Armee aufstellen, dass die mir gar nicht viel entgegensetzen. Was du da hinten machst, Schnauze. Nimmst du den nochmal? Hm? Da ist die. Die habe ich gesucht. Ich hatte hier die ganze Zeit Schaden gemacht und keiner wusste, wo die herkommt. Was ich jetzt nicht gesehen habe. Ja, das hat mich geschickt. Geh zurück zum Dorf, aber seid vorsichtig. Oh, ich weiß gerade nicht, wo ich Dorfbewohner befreit habe, aber irgendwie ist von da unten scheinbar einer... Ach, da habe ich Dorfbewohner befreit. Okay, das erklärt alles. Gut. Ähm... Da ist übrigens noch ein Portal. Das könnte für irgendwas relevant werden. Fokus-Trank. Mach's eh, mach zu wenig Fokus, Kumpel. Du bist ruhig, bitte. Du platzt's. Und dann eine Kurzheilung drauf. Den... Feuerball. Du hast doch mal auf, die wegzuschieben, sondern haut die einfach, die Schlange. Seid ihr denn doof? Oh, schön. Feuerball. Heilung. Feuerball hatte ich gesucht. Sollte sowas mal nacheinander machen. Hilft besser. Beseitigt. Geht jetzt. Im Dorf seit... Das sollten alle gewesen sein. Gehen wir zum Dorf zurück. Ja, gleich. Einerseits ist hier noch ein... Dingens, noch ein Portal. Andererseits... Hier irgendwo was zum Looten. Nö, andere Reihe. Oben war... eine Kiste, die kann ich mal gebrauchen. Die würde ich gerne mitnehmen. Die würde ich gerne mitnehmen. Wobei der wahrscheinlich hier oben sich befindet. Vielleicht gibt's hier auch so einen Weg hoch. Ich denke aber nicht. Mal kurz umgucken hier. Einer... Was... Sieht nicht so aus. Schade. Hm. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Du tötest mich und plötzlich respektieren sie dich? Du bist ein Wett... Das ist nah genug. Wer zum Geier seid ihr? Ihr... Ihr kommt nicht von der Insel. Nein, ich bin vom Festland. Aber deine Mutter hat mich geschickt, um mit dir zu reden. Vom... Festland? Verdammt nochmal. Immer dann, wenn ich denke, absurder könnten die Dinge nicht werden. Ich enttäusche nur ungern, aber ich bin nicht in der Stimmung für Geplauder. Das Ritual wird stattfinden. Ich werde meinen Bruder bekämpfen und der nächste Yaras der Insel werden. Du hast den Verstand verloren, Shah. Du hast vollkommen den Verstand verloren. Duel! Letzte Warnung! Dann stimmt es wirklich? Du würdest deinen eigenen Bruder töten, einfach nur weil du die Insel regieren willst? Das haben sie euch also erzählt? Ja, natürlich, es passt. Was sonst noch, hm? Dass ich schwach bin? Launisch? Sterne, wie ich dieses Wort hasse. Ja, und dass dein Bruder der geeignetere Kandidat ist. Und wisst ihr, was daran so traurig ist? Dass ihr es wahrscheinlich sogar glaubt. Dass es das ist, was alle glauben. Seht ihr das Brandmal auf meinem Gesicht? Dumme Frage, natürlich tut ihr es. Was ist damit? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Keine Ahnung. Keine Ahnung. Er hat mich gefoltert. Erniedrigt. So oft verprügelt, dass ich irgendwann davon ausging, es wäre normal. Der Fleck, an dem ihr, ich, an dem normale Leute eine Seele haben. Bei ihm ist er leer, aber das werden die anderen nie erkennen. Und jetzt wollen sie sogar, dass er den Thron übernimmt? Sagt mir, wie würdet ihr das nennen, wenn nicht Wahnsinn? Schar, ich, das ist doch lächerlich. Das ist einfach lächerlich. Was habt ihr dazu zu sagen? Ach, was denn schon? Schar hat immer schon eine blühende Fantasie gehabt. Diese Träume, diese Stimmen, die er immer hörte. Für ihn war die Realität schon immer voller Lücken. Und er hat eben seine Fantasie genutzt, um sie zu füllen. Aber dieser Schwachste mit dem Lagerfeuer ist bei weitem der schlimmste Auswuchs, den sein Gehirn je produziert hat. Seht ihr? Und so läuft es immer. Die Leute glauben Duel, weil es so vernünftig wirkt, so ruhig. Keiner gibt einen feuchten Dreck auf die beschissene Wahrheit. Hm, aber es stimmt, dass deine Aura irgendwie anders ist. Zerbrechlich. Störrisch. Und dass Magiebegabung unserem Verstand einen Streich spielen kann, ist nichts Neues. Glaubt doch, was ihr glauben wollt. Es wäre nicht das erste Mal. Und warum sollte Duel das tun? Dir so zusetzen? Woher soll ich das wissen? Vielleicht um diese innere Leere zu füllen? Ich weiß es nicht und es interessiert mich auch nicht mehr. In einer Woche wird es vorbei sein. Bla bla bla. Und du behauptest allen Ernstes, niemand hätte von diesen Schikanen dir gegenüber je was mitbekommen? Nein, weil er es geschickt angestellt hat. Er hat mich nur dann geschlagen, wenn niemand in der Nähe war. Und wenn es einer doch mal gewesen sein sollte, hat dieser eben weggesehen. Beliebtheit hin oder her. Anlegen wollte sich mit ihm niemand. Aber deine Magie hat alles geändert, richtig? Ja und nein. Er hat es nicht mehr gewagt, mich zu schlagen. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, mir immer wieder zu sagen, wie wertlos ich sei. Dass sie hinter meinem Rücken alle über mich lachen. Dass sie mich verachten. Und dass ich immer allein sein würde. Und dahingehend hat er nicht mal gelogen. Aber wie dem auch sei. All das ist jetzt vorbei. Über die Wiederherstellung des Ritualplatzes und die Probe der Brüder werde ich der nächste rechtmäßige Yaras der Insel werden. Ähm. Deine Medusen. Dir ist klar, dass sie Menschen umgebracht haben, oder? Es war unvermeidlich. Selbst als ich das ganze Dorf mit ihnen umzingelt hatte, dachten sie immer noch, dass ich es nicht ernst meine. Ich fürchte, ich kann das nicht zulassen. Deine Mutter hat etwas, das wir benötigen. Und im Gegenzug sollen wir irgendwie dieses Dilemma lösen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Tja, und den gibt es leider nicht. War ein nettes Gespräch. Aber was auch immer ihr euch davon erhofft habt, es wird nicht passieren. Also, zwei Möglichkeiten. Nummer eins. Ihr und eure Freunde, ihr verzieht euch. Nummer zwei. Ihr bekommt meine Magie zu spüren. Ähm. Es steht vier zu eins. Wir haben selbst zwei Magier dabei. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, Char. Ja. Ich will dir nicht wehtun. Es muss doch eine Lösung geben. Dafür ist es schon zu spät. Dir ist klar, dass du in der Unterzahl bist, richtig? Was auch immer du uns da androhst, es ist keine gute Idee. Das werden wir ja sehen. Ähm. Ja, gut. Ähm. Halt die Schnurze. Was machst du jetzt so? Ohne... Was geht's? Achso. Er hat sich auch nicht vorhanden vorgemacht. Ich... Ich... Er hat einfach alle eingefroren. Außer, warum denn? Ja. Interessant. Gäste gehorchen mir genauso wie dir. Er macht halt nur keinen Schaden. Er kassiert und kassiert und das war's. Gut. Er kann halt... Skelette beschwören. Sehr zu mies. Aber... Das dann halt auch alles. Wie gesagt, Schaden... Passiert hier nicht. Der Kampf dauert einfach nur lange, weil der Kerl ewig viel aushält. Nein, der hat... Alter. Der hat dann eben über... 10-fache von den HP, die unser Hauptcharakter hat. Gut, unser Hauptcharakter hat halt eigentlich keinen HP. Hier und jetzt. Scha! Bitte ich! Nein! Hast du das bis zum Ende durchgedacht, Scha? Wenn du ihn jetzt tötest, dann ist das Mord. Was? Das hybernische Recht, auf das du dich berufst. Der einzige Weg für dich, Yaras zu werden, ist es, wenn du Duel in der Probe der Brüder besiegst. Wenn du es jetzt tust, ist es Mord. Ihr habt Recht. Sonne und Sterne, ihr... Ihr habt Recht. Aber andererseits, macht das denn wirklich einen Unterschied? Nach allem, was ich getan habe, Duel hat es doch selbst schon gesagt. In ihren Augen bin ich eh schon ein Mörder. Im Grunde ist es vollkommen egal, was ich tue. Sie werden mich nie respektieren. Was ist mit deiner Mutter? Wenn du Duel tötest, wird sie das brechen. Na und? Sie hat mich doch überhaupt erst in diese Situation gebracht. Kapiert ihr das denn nicht? Sie hat einfach weggesehen. All die Jahre. Und warum? Weil sie ansonsten der Wahrheit ins Gesicht hätte blicken müssen. Dass sie versagt hat. Dass alles, worum sie sich je geschert hat, ihre Wunschvorstellung von Duel war. Ihrem ach so begabten Sohn, der auserkoren war, ihr Erbe fortzuführen. Mag sein. Aber wenn du ihn tötest, wird sie das nur in ihrer Geschichte bestätigen. Du wirst der Versager sein. Das Ungeheuer, das seinen eigenen Bruder getötet hat. Ihren Sohn. Wenn du ihn am Leben lässt, verspreche ich dir, ihr deine Version der Geschichte zu erzählen. Und dass ich dir glaube. Aber ich... Gut. Gut. Vielleicht habt ihr recht. Aber ich tue es nicht für meine Mutter. Sie ist kein Deut besser als die anderen. Ich tue es, damit sie endlich begreift, was sie getan hat. Sagt ihr, dass ich nie mehr zurückkommen werde. Geht. Wir sehen uns im Dorf. Ich... Ja... Ja natürlich. Kann ich das ganze Goldchen mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Na gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt mal eben schnell hier zu dem Gottstein. Und in der nächsten Folge, sprich nächstes Wochenende, werden wir mit Jaras sprechen, die Situation aufklären. Und ähm... Sind wir nicht fertig? Ähm... Das Portal wird dann auch repariert sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns am nächsten... Äh... Samstag wieder. Um 13 Uhr zu 12 was 3. Okay. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder zu Vampyr. Und ich hoffe, dass ich Montag auch eine Folge Cuphead... Also morgen auch eine Folge Cuphead rausbringen kann. Bis dahin. Bis dann. Ciao.